Hallo ihr alle, hier soll es jetzt und heute um das Vorläufermodell gehen. Ich habe hier vor, mit euch im Zeitraffer mal das Vorläufermodell zusammenzusuchen. Ich werde immer wieder ein paar Karten einblenden, sodass ihr seht, wo ich die Teile gefunden habe und wo genau sie liegen. Dazu spiele ich zu jedem Teil auch den entsprechenden Abschnitt ein, wo das Teil liegt, damit man das ein bisschen besser sehen kann, weil die ja doch etwas versteckt liegen manchmal. Wem es dennoch nicht schnell genug geht, der kann das Video bis ans Ende vorspulen. Da sind nur die Karten zusammengefasst und die Fundorte markiert. Die Quest kann man sich hier vor diesem Rathaus am Reißbrett abholen und die führt einen dann in den Reaktorbezirk zum Gesellen Zanon. Da ich das Video relativ kurz halten wollte, habe ich meine Minimap sehr großgezogen, damit jeder nachvollziehen kann, wohin ich mich bewege. Und zur Orientierung blende ich immer wieder die Karten ein. Hier kann man jetzt weiter der Quest folgen. Man hat auch für das erste Teil so ein Quest-Fähnchen, dem man nachlaufen kann. Der Zanon bittet uns, dass wir das Integral der Erinnerung für ihn bergen. Ja, deshalb sind wir ja auch da. Und wir reisen direkt in die Pneumonische Planisphäre. Die befindet sich in der Mitte etwa auf der Karte von der Stadt der Urwerke. Eine Dwemer Ruine. Da folgt ihr dem Quest-Fähnchen jetzt hier ins Untergeschoss und sammelt dieses Integral ein. Das seht ihr auch direkt hier gleich liegen. Alle Teile leuchten so ein bisschen. Die haben so einen Glitter um sich, damit man sie überhaupt findet. Sie sind nämlich manchmal sehr klein. Dann geht es direkt zurück zum Zanon, der sich dann freut. Wir setzen dieses Teil in diesen Rahmen, der neben ihm steht, ein und erfahren mehr. Wenn der Kopf eingesetzt ist, dann folgt einfach weiter noch dem Quest-Fähnchen. Die Quest ist sehr kurz. Ihr könnt den Kopf jetzt hier befragen. Und er würde jedes Mal, wenn ihr ihn neu anklickt und ein neues Teil bringt, euch einen neuen Hinweis geben, wo ihr das Teil denn findet. Sprecht zum Abschluss mit dem Zanon nochmal, schließt die Quest hier ab und dann müsst ihr die 14 Teile zusammensuchen, die ihr für den Vorläufer braucht. Allerdings muss man eben genau das ohne Quest-Fähnchen hinbekommen. Voraussetzung, um alle Teile zu bekommen, ist außerdem, dass ihr den Maschinenbezirk in der Messingfeste betreten könnt. Um das machen zu können, müsst ihr entweder die Quest beginnen und zwar im mittleren Schrein findet ihr hier einen Questgeber, der euch zum Fürsten Führ führt. Der würde euch in Deschan im Tempel erwarten. Oder ihr habt jemanden, der die Quest bereits gemacht hat, der euch in die Gruppe einlädt und kurz hier zum Wegschrein portet, sich in der Messingfeste aufhält. Dann könnt ihr diese Tür auch passieren und findet das erste Teil hier in diesem kleinen Käfig und könnt es einsammeln. Danach könnt ihr die Gruppe getrost wieder auflösen. Den Rest dürftet ihr eigentlich alleine schaffen. Ich blende hier auch gleich nochmal die Karte ein. Das nächste Teil könnt ihr im mechanischen Fundament finden. Das ist auch hier in der Messingfeste quasi direkt unter der Bank. Ich habe mich da mal hingeportet und will euch eigentlich nur kurz den Weg zeigen. Das konnte ich so gut auf der Karte nicht darstellen. Ich bin ganz rechts rumgegangen, nach rechts oben. Da ist eine Lücke. Da lasst ihr euch fallen und geht in Richtung Lava auf einen kleinen Vorsprung bis zur Wand. Auf diesen Simms hier quasi dreht euch ein wenig und könnt auf diesen Vorsprung springen. Dort liegt ein Skelett und das hält das nächste Teil in der Hand. Ein weiteres Teil findet ihr dann auch noch hier in der Stadt der Uhrwerke. Auf der Karte befindet es sich ganz im Westen, etwas südlich, also Südwesten eher. Und ihr müsst ein Stück laufen. Es ist in der freien Welt auf einem kleinen Plateau. Ihr seht das hier auf der Karte eingeblendet, wo sich das befindet. Man muss hier ein bisschen hoch springen und gelangt dann über ein Treppchen. Oder hier muss man auch hopfen. Ich glaube, da kann man nicht so drüber laufen. Schlecht zu sehen. Ich denke, das ist auch so gewollt. Man gelangt dann hier an so ein kleines Schmuckkästchen und davor liegt das nächste Teil. Weiter geht es dann ins Trossumkai. Um hier aber in die Ruine Eintritt zu haben, muss man eine kleine Quest erfüllen. Die bekommt man beim Neramo. Der steht quasi davor, nicht weit vom Wegschrein. Der braucht zwei Teile, zwei Kristalle, um eine Dwema-Spinne zu aktivieren. Die sammeln wir hier schnell ein. Weiter verfolge ich die Quester nicht. Okay, da war jetzt auch noch eine Rune dabei. Ihr seht, ich lasse das relativ schnell laufen. Das ist sehr unspektakulär. Einfach die Teile einsammeln. Da sind nur ein paar Wölfe. Dann gibt man die Teile für den kleinen Dwema quasi ab. Der Neramo baut das zusammen. Und die Spinne öffnet dann die Tür und man kann erfolgen. Bis zum gesuchten Teil hier ist es dann nicht mehr weit. Das befindet sich ganz rechts in dem Raum. Auch ganz rechts geradezu quasi in der Nische. Wir gehen hier rechts rum geradeaus und kommen genau darauf zu. Man muss sich hier ein bisschen seiner Haut wehren, damit man das Teil auch aufnehmen kann. Aber auch mit kleinen Charakteren ist das super gut zu schaffen. Wir sind jetzt hier in Steinfelle. Die Armaturen der inneren See. Auch direkt vorm Boss. Guckt bitte auf die Karte, damit ihr das seht, wo das genau liegt. Ich habe das alles vorgespult und euch die Rennerei erspart. Hier die drei neuen Karten. Das sind die nächsten Länder, die wir besuchen werden. Bancorei, Rift und Ostmarsch. Und jeweils in den eingeblendeten Karten seht ihr das. Hier stehe ich in Bancorei, knapp neben dem Boss. Wenn man drauf guckt, quasi etwas links davon steht eine kleine Lampe. Und da müsstet ihr mal suchen und findet dann auch das glitzernde Teilchen. In Rift ist diese Dwemer-Ruine etwa im mittleren Süden. Und auch da ist das beim Boss, da ist mittendrin so etwas Grün, so ein kleiner Grünstreifen. Da fällt halt Sonne drauf und da ist das Teil zu finden. Und in Ostmarsch ist das Teil ganz im ersten großen Raum. Geht mal rechts rum, ganz nach hinten durch. Da ist ein kleiner Tisch, auf dem das Teil glitzert. Auch hier musste ich erstmal kurz dafür sorgen, dass die alle wieder abhauen. Und konnte dann das Teil aufnehmen. Also die ganze Sammelei ist wirklich nichts für Lauffaule. Es geht jetzt direkt schon wieder ins nächste Gebiet. Wie ich das mit dem Porten gemacht habe, erzähle ich euch nachher im Anschluss. Die Alekir-Wüste hat gleich drei Steine. Und zwar im Westen, im Süden und im Osten. Die gehen wir auch jetzt nacheinander ab. Ich zeige euch, wo die Plätze sind, wo die Dinger liegen. Und starte hier in Santaki. Das ist die ganz westliche Ruine, das kleine Verlies, was da ist. Ich glaube, das ist eine Fackel auf der Karte. In Alekir sind die, glaube ich, alle drei solche kleinen Fackeln. Und zwar, guckt mal bitte auf die Minimap, ist das der ganz rechte Raum am Anfang. Dahinter, eine Art Boiler, liegt dann dieses Teil, was wir suchen. Weiter geht es dann in der Alekir-Wüste im mittleren Süden, wenn man so will. Da liegt das Teil ganz nah am Bossraum. Ich laufe hier mal vor. Ihr könnt es wieder auf der Karte nachverfolgen. Jetzt habe ich mal einen Sprung gemacht, muss mich hier noch ein bisschen wehren. Und wenn es hier bergab geht, da wo es rot leuchtet, da solltet ihr mal hingucken. Ein Stückchen weiter. Da liegt es um die Ecke hier links, da wäre dann der Bossraum. Das ist ein bisschen schwer zu sehen, deshalb lasse ich es mal ein bisschen langsamer. Und der letzte ist ganz im Osten. Da ist es auch direkt vor dem Boss. Ihr seht den Boss da stehen und da ist halt an diesem Zahnrad dann auch das nächste Teil zu finden. Das letzte Gebiet ist dann Deshaan. Hier kriegt ihr dann die restlichen drei Teile. Die zeige ich euch auch noch, wo die sind. Hat auch eine kleine Besonderheit. Wir starten mal im Norden und betreten hier die Ruine direkt. Hier ist auch ein bisschen doof zu finden, dieses Teil. Aber wenn man weiß, wo, dann sieht man es dann auch. Das ist im rechten Raum wieder. Muss mich erst wehren. Sekunde. Hinter dieser Sphäre steht so eine Art, was ist das, Herd oder was. Und an den Zahnrädern dahinter, da liegt dann das Teil versteckt. Weiter geht es dann im Süden. Da gehen wir in ein kleines Verlies, also eine Fackel auf der Karte. Das zeige ich euch hier fußläufig, weil wir von hier aus auch zunächst nicht porten, sondern einmal in der Runde gehen. Das ist nur ein ganz kleines Verlies. Das Teil, was wir suchen, liegt beim Boss. Und zwar genau da, quasi rechts vom Boss ausgesehen, auf dem Tisch. Und wenn ihr auf der Karte guckt, dann ist der Ausgang nicht mehr weit. Und wir brauchen hier einfach nur um einen Berg herumlaufen. Da ist kein Portstein mehr, keine Portmöglichkeit dazwischen. Deshalb würde ich euch raten, das fußläufig auch zu machen. Also wieder raus nach der Scharn und einmal um den Pudding gewatschelt hier. Und dann kommt ihr auch in die nächste Twemer Ruine. Ja, wat mut dat mut. Und da sind wir auch schon drin. Das ist auch noch ein ganz kleines Dingelchen. Deshalb lasse ich hier mal durchlaufen. Es sind nur zwei große Räume im ersten Raum. Die rechte Nische ist unser Ziel. Da sitzt eine Spinne davor. Die machen wir platt. Und den Rest schlagen wir in die Flucht, hoffentlich. Oder auch nicht. Dann machen wir halt alle platt. Und hinter uns liegt dann der Stab, den wir noch brauchen. Damit hat man dann alle Teile und kann zum Gesellen zurückkehren. Dort angekommen, setzt ihr die einfach in den Rahmen ein. Und nach kurzer Zeit könnt ihr dann den Questgeber nochmal ansprechen. Dort findet ihr dann eine kleine Abschlussquest und geht nochmal ins mechanische Fundament. Benachrichtigt dort die Lektorin, kehrt wieder zurück zum Gesellen und bekommt dort dann endlich eure wohlverdiente Belohnung. Ich habe mir inzwischen schon ein paar von diesen Vorläufern zusammengebastelt. Das kann man also wirklich super gut mit mehreren Charakteren machen. Ich habe immer mal welche erstellt und bin nur damit eben diesen Vorläufer gelaufen. Das seht ihr vielleicht hier. Ich finde die putzig und super witzig. Mir ist völlig klar, dass das keine aussagekräftigen Dummypuppen sind. Aber ich möchte eben so viel wie möglich haben. Hier folgen jetzt nochmal die Karten. Ich wollte dann noch kurz was zum Reisen sagen. Zum einen habe ich da einfach meine Häuser als Wegschreine benutzt und bin da kostenlos hingereist. Oder ich habe mit größeren Charakteren den einen oder anderen Wegschreinen eh schon frei. Meistens nehme ich aber das Teleport-Tool. Das sucht mir quasi Mitglieder aus meinen Gilden zusammen, nach Gebieten geordnet. Und dann kann ich mir das Gebiet aussuchen und gehe dorthin. Oder man schließt sich einfach als Gruppe zusammen und hat dann vermutlich auch nochmal Glück mit den Wegschreinen zum Porten. Ich habe in der Allekirwüste einfach plus Dolmen ins Gebiet geschrieben und wurde dort in eine Gruppe eingeladen. Und habe mir so drei Wegschreine dort freigespielt und bin den Rest gelaufen. Das geht auch. Alles in allem würde ich so schätzen, dass man auf anderthalb Stunden kommt und mit einem neuen Charakter. Also ich habe wirklich mit Level 2 angefangen und bin die Quest dann durchgelaufen. War am Ende Level 7. Einfach nur durchs Entdecken. Keine Kämpfe, kein nichts, kein gar nichts. So viel wie möglich ausgelassen und brauchte dafür anderthalb bis zwei Stunden. Also sowas müsstet ihr schon einrechnen. Dann danke ich euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.